Ich wünsche mir eine Unterstützung aller Lebensweisen und aller Lebensentwürfe in Deutschland. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch in Deutschland ein Recht auf Adoption haben soll. Und ich finde, dass alle Menschen ein Recht darauf haben sollen, deren Geschlecht frei auswählen zu dürfen. Das bedeutet, dass Menschen, die trans sind, sollten respektiert und akzeptiert werden und intersexuelle Menschen auch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!